Die 6 besten Nerf Gun Sniper Produkte Ich habe den Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster gekauft und bin absolut begeistert. Das 8-Dart-Trommelmagazin lässt sich problemlos nachladen und der Blaster schießt mit einer unglaublichen Reichweite. Das abnehmbare Fernrohr und der abnehmbare Lauf machen das Ganze noch cooler. Die mitgelieferten 16 Nerf Darts und der Bolzen bieten genug Munition für mehrere kleinere Schusswechsel. Mit einer Größe von 7 x 54,9 x 26 cm ist der Blaster auch angenehm zu handhaben. Absolut empfehlenswert für Kinder und Erwachsene, die gerne draußen spielen. Ich habe den neuen Nerf Elite 2.0 Echo CS 10 Blaster ausprobiert und bin mehr als begeistert. Mit seinen 24 Nerf Darts und dem 10-Dart-Clip Magazin ist der Blaster perfekt für stundenlanges Spielvergnügen mit Freunden. Die abnehmbare Schulterstütze und Laufverlängerung machen das Spiel noch spannender und die 4 taktischen Schienen bieten noch mehr Möglichkeiten für individuelles Zubehör. Die frustfreie Verpackung war auch ein Pluspunkt. Alles in allem ein Spitzenprodukt, das ich jedem empfehlen würde. Ich habe den elektrischen Gelball Blaster von Teamspielen ausprobiert und war begeistert. Das Spielzeug ist automatisch und schießt Gelbälle schnell und präzise ab. Es eignet sich perfekt für Teenager ab 12 Jahren und ist ein tolles Geschenk für Weihnachten oder Geburtstage. Das Design ist modern und das Material hochwertig. Ich habe das Spielzeug auch draußen benutzt und es hat super funktioniert. Insgesamt kann ich den elektrischen Gelball Blaster von Teamspielen jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem spaßigen und actionreichen Spielzeug ist. Ich habe kürzlich die elektrische Spielzeugpistole GunSniper ausprobiert und bin wirklich beeindruckt. Die drei verschiedenen Modi und das automatische Feuern machen es zu einem echten Highlight für Kinder ab 6 Jahren. Mit dem Zielfernrohr und den beiden Magazinen mit jeweils 100 Darts hat man immer genug Munition für wilde Schießereien. Besonders toll finde ich, dass es sich um ein Schaumstoffblaster handelt, sodass man sich keine Sorgen um Verletzungen machen muss. Ein wirklich tolles Spielzeug für draußen und drinnen. Ich habe den Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster ausprobiert und bin begeistert. Der Blaster ist einfach zu bedienen und hat eine beeindruckende Reichweite. Das abnehmbare Fernrohr und der abnehmbare Lauf sind tolle Features, die es mir ermöglichen, den Blaster an meine Bedürfnisse anzupassen. Die 8 Dart Trommel und die 16 mitgelieferten Nerf Darts sind fantastisch, da ich jetzt viel mehr Zeit damit verbringen kann, zu schießen und mich zu amüsieren. Insgesamt ist dies ein großartiges Spielzeug, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ich habe die AGD LLYD Spielzeugpistole in der goldenen Wüstenadel-Ausführung gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Pistole hat ein realistisches Aussehen im Maßstab 1 zu 1 und kommt mit einem Schalldämpfer und 40 Schaumstoffdarts. Die Verarbeitung ist hochwertig und robust, was die Langlebigkeit des Produkts garantiert. Die Pistole eignet sich perfekt für Sicherheitstraining und kann auch im Spiel verwendet werden. Der Preis ist angemessen und ich kann das Produkt jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Schaumstoffblaster sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.